Hallo, ich bin Julia vom Hotel Mama Online Magazin und wir machen heute eine Umfrage zu Was sagt Wien zum Valentinstag? Also für mich persönlich ist der Valentinstag eigentlich nur ein Tag, dass man den Menschen, die man lieb zeigen kann, dass man sie liebt. Man hat kaum Zeit dafür und das ist eine super Gelegenheit dafür. Was haltet ihr vom Valentinstag? Ich habe mit Valentinstag eigentlich relativ wenig im Hut. Ich feiere den nicht wirklich so großartig. Dieses Jahr wahrscheinlich schon, nehme ich an. Keine Ahnung. Ich finde es wird ein sehr großes drum herum gemacht, aber es ist ein Tag wie jeder andere Tag. Also ich finde den Valentinstag ist eigentlich was ganz was cooles. Ich und mein Freund, wir kaufen gerade unsere Geschenke, weil damit es nicht in die Hose geht, beraten wir uns gegenseitig ein bisschen. Ich finde es ist eigentlich ein ganz süßer Tag, den man halt mit seinem Partner verbringen kann oder man bringt auch seiner Mutter was Süßes mit. Also ich finde es super. Also ich bin gerade eigentlich Single, deswegen nicht so viel und ich finde es eigentlich nur für die ganzen Läden eigentlich, dass man Geld ausgibt irgendwie, dass man Geschenke kauft oder Schokolade oder Blumen. Also ich finde nicht, dass es irgendwie wichtig ist heutzutage. Was hältst du vom Valentinstag? Nicht viel. Dann zieht man meinen Dach in der Nase. Was haltet ihr vom Valentinstag? Für einsame Menschen ist Valentinstag immer ein sehr trauriger Tag. Für Paare ist das sicher immer ein sehr netter Tag. Was heißt so vom Valentinstag? Ich finde ihn eigentlich sehr schön, aber ein bisschen überzogen. Ich finde das Problem ist nämlich, man sollte seinen Schatz eigentlich öfter als einmal im Jahr lieb haben. Aber ich finde den Gedanken ganz schön, dass man es an einem Tag ganz besonders tut. Aber das kann ja auch der Jahrestag sein oder ein selbst gewählter besonderer Tag. Und ich finde da braucht man nicht unbedingt einen Zusatzanlass dafür. Feierst du Valentinstag? Nein. Wieso nicht? Ich habe irgendwie nie den Zugang gefunden, diesen Tag irgendwie zu feiern. Glaubst du mich nicht so an? Penis. Hallo, ich bin die Julia von... Scheiße. Sie ist fresh. Sie haben gesagt... Stink. Penis, Penis, Penis. Hallo, ich bin die Julia von Hotelmama Online Magazin und... Hallo und herzlich willkommen bei... Pure. ...Schaumkeks. Ah! Ah! Hahaha! Hahahaha! Hahaha! Ah!